Der Checkpoint funktioniert einfach nicht. Bist du sicher? Ja. Das Problem ist, ich komme auch hier gar nicht mehr durch. Die Tür ist zu. Danja, wir laufen auch die ganze Zeit nach hinten, Mann. Oh mein Gott. Oh, Danja, du bist so schlimm. Aber du bist auch gekostet gelaufen. Ja, weil ich dir hinterher gelaufen bin. Yo. Was? Leute, herzlich willkommen zu Tag Nummer 3 der Turnierwoche hier mit Danja. Ja, die große Herausforderung und wir sind wieder bei einem Obi-Turnier und heute ist es ein Weihnachts-Obi-Turnier. Bald ist Weihnachten, wir freuen uns schon drauf und es gibt wieder Bescherung. Das haben wir beschlossen, beziehungsweise Danja hat das so beschlossen. Es steht mittlerweile 3 zu 2 in den Obi-Turnieren, weil Danja hat gestern, falls ihr das verpasst habt, das Blue Cave-Turnier gewonnen. Heute Weihnachts-Obis, drei Stück und wir starten sozusagen mit einer Obi, wo wir natürlich vor dem Weihnachtsmann entkommen müssen. Okay, dann würde ich sagen, soll ich das Go geben? Und du gibst das Go. Go. Let's go. Okay, so. Wer wird als erstes diese Obi-Wenden? So, und im Laufe der Woche werden wir auch noch ein bis zwei Obi-Turniere machen, wo Lena und Tom auch mitspielen werden. Aber, Danja, es wird so aussehen, dass Lena oder Tom oder beide, also du darfst aussuchen, wer in deinem Team spielt. Und je nachdem, wie es dann ist, ist das sozusagen ein Team-Obi-Turnier, okay? Oha, okay. Aber das kommt... Das könnte tatsächlich schwer werden, ja. Das kommt am Ende der Woche, aber du darfst dir dann... Oh nein. Du darfst dir dann aussuchen, wer dein sozusagen Team-Kamerad ist. Mhm. Hast du es jetzt geschafft? Das Ding ist, ich kann Tom halt gar nicht einschätzen. Hä? Warum geht das denn jetzt nicht? Alter, warum geht das denn jetzt nicht? Hä? Was denn? Hä? Ich glaube, das ist, wähle nicht den falschen Knopf. Ich habe keine Ahnung. Ja, guck, du hast es doch geschafft. Siehst du? Ach so. Ja, siehst du? Ich hätte gedacht, die müssen alle drei gedrückt werden. Okay, ich darf auf jeden Fall keine Checkpoints vergessen diesmal. Okay, wir scheinen in der Werkstatt von dem Weihnachtsmann zu sein. Ja. Oh, das war blöd, das war blöd. Ich hätte sich riskieren dürfen. Ey, wenn ich jetzt schon wieder diese erste Obi verliere gegen Danja, dann ist hier aber Feierabend, du. Nein, ist hier aber Feierabend. Dann machen wir nicht auf Schluss. Das hat dir ja überhaupt nicht. Könnte es sein, dass du mittlerweile bei den Obi-Turnieren immer so knapp vor mir bist? Ja, warum kann das nicht sein? Ja, weil du Danja bist. Hallo? Ja, und? Kannst du vielleicht mal akzeptieren, dass ich vielleicht auch schon seit ein paar Jahren jetzt dieses Spiel spiele? Ja, trotzdem. Und vielleicht mich langsam auf dein Niveau begeben kann? Ja, das möchte ich jetzt nicht gehört haben. Naja, aber das wissen wir ja wohl auch alle. Äh, okay, wo muss ich lang? Hier müssen wir vielleicht ein paar Geschenke öffnen. Ja, mach das mal. Öffne mal Geschenke, bitte. Hä, wo hast du den Schlüssel jetzt gefunden? Hä? Was ist das denn jetzt für ein Mist? Was denn? Was? Was denn? Alter, das ist doch nicht der Ernst. Hä? Was ist denn? Ich wurde einfach gerade runtergekickt. Was heißt das? Der Schlüssel ist weg. Und ich kann jetzt nicht mehr da durchgehen, weil ich bin gerade durch die Map gefallen. Oh, Danja, ja, so eine Obi kann ja manchmal auch ein bisschen buggy sein, ne? Das kann ja passieren. Ja, aber das Ding ist, ich kann jetzt nicht mehr weiter. Ja, dann musst du dich zurücksetzen. Ja, das bringt doch nichts. Ich wurde doch gerade schon zurückgesetzt. Ja, tut mir leid. Wenn das, äh, Danja, so eine Obi kann manchmal ein bisschen buggy sein. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Dann können wir ja jetzt beenden die Obi. Ja, also es muss ja auch erstmal einer gewinnen. Ja, du wirst ja schon ins Ziel kommen, oder nicht? Ja, also ich bin doch nicht am Ziel. Aber es könnte sein. Ja, aber wenn ich halt ab hier jetzt nicht mehr weiterspielen kann, dann wirst du ja... Ja, aber Danja, du kannst bestimmt weiterspielen. Mach doch irgendwie Skip Stage oder sowas, dass du einfach eine Stage weiterkommst. Ja, aber das darf ich ja eigentlich nicht. Ja, aber es geht ja darum, dass du einfach aus diesem Loch da rauskommst. Ja, ich habe aber auch gar kein Geld. Ja, das ist nicht mein Problem. Das ist überhaupt nicht mein Problem. Ja, Danja, so eine Obi kann ja manchmal auch ein bisschen buggy sein, ne? Ja, aber es ist ein Unterschied, ob irgendwas dann wieder funktioniert oder ob irgendwas gar nicht funktioniert. Ja, ja. Hm. Ich habe jetzt meine Kamera auch ausgegangen. Du Mann, man sieht es doch, ich komme hier jetzt nicht weiter an der Stelle. Was soll ich denn jetzt machen? Was fragst du mich? Ja, nee, dann muss ich jetzt halt aufgeben. Ja, sorry, das ist nicht mein Problem. Ja, aber du konntest ja bei deinem Bug zumindest weiterspielen. Ja, aber trotzdem habe ich verloren. Du hast es dann halt nochmal... Das Resultat ist das gleiche. Du bist an mir vorbeigezogen, obwohl ich gewonnen hätte. Du hättest nicht gewonnen, weil ich dir den Trick auf die Kiste stellen auch erst mal zeigen musste. Ich war ja beim letzten. Ja, aber du hast es halt nicht geschafft. Ich konnte den letzten Tobi nicht abschießen. Und wenn ich jetzt hier den Bug gehabt hätte, dass ich runterfalle und dann halt das nochmal machen muss, dann wäre es ja okay gewesen. Dann hätte ich das auch alles akzeptiert. Ja, aber bei mir hat das auch voll lange gedauert. Danja, guck mal. Ja, aber voll lange ist was anderes, als dass es gar nicht geht. Danja, was willst du jetzt von mir hören? Ja, ich will jetzt von dir hören, dass du entweder mal kurz wartest, ein paar Stages zurückgehst oder irgendwas machst, damit das wieder fair wird. Aber ich kann ja jetzt so nicht... Das geht ja so nicht. Ja, aber wenn du sagst... Ja, dann muss ich jetzt aufgeben. Dann müssen wir jetzt zur nächsten Obi gehen, weil du hast ja gewonnen. Ja, okay, wir machen jetzt folgendes. Wir starten die Obi nochmal von vorne, machen da ab dem Schlüssellevel weiter, okay? Okay. Jetzt hol dir den Schlüssel und dann warten wir hier am Lüftungsschacht. Und du fliegst mit dir diesmal nicht durch. Okay, so, weiter geht's. Das war knapp. So, ich muss das nicht machen, ich mache es aber trotzdem. Ja, sonst hättest du halt gewonnen jetzt die Obi. Ist nett, dass du das gemacht hast. Ich werde dich aber fair besiegen. Nicht so wie du. Ich hab dich auch fair besiegen. Ja, eigentlich nicht. Ja, doch schon. Eigentlich nicht. Du hättest mir auch vorher sagen können, hey, stell dich einfach hier drauf. Das hast du ja nicht gemacht. Na, das hab ich dir ja... Also, als ich da noch stand, da hast du ja selber gesehen, dass ich da oben stand. Ja, aber da... Ich wusste ja... Bei mir war das ja was anderes. Ich hab ja auch geschafft, die anderen zu erwischen, aber der Letzte, der war ja nicht mehr da. Oh, danke, ey, danke. Jetzt beeil dich. Ich... Oh, was ist denn los? Mann, ey. Weißt du, du nervst dann ja. Du nervst so richtig. Also, das war ja jetzt wohl nicht ich. Ja, aber du nervst so allgemein momentan. Gerade bei diesem Turnier. Ich? Warum nerve ich? Ja, weil ich hätte jetzt eigentlich gewonnen. Ja, und ich hätte dir den Sieg ja auch gegeben, aber dann hätte ich halt aufgeben müssen. Und ihr hättet wieder in die Kommentare geschrieben, ja, das war nicht fair. Ja, war ja auch nicht fair. Fair gewesen wäre es nicht, aber es wäre okay gewesen für mich. Okay, Daniel ist noch hinter mir, das ist ziemlich gut. Oh. Sehr gut, Daniel. Das war stark. Ich wollte direkt lossprinten. Richtig schön aus. Also, wir entkommen zwar vor dem Weihnachtsmann, aber es ist schon ein bisschen so Weihnachtsfeeling. Ein bisschen. Ich will nicht vor dem Weihnachtsmann entkommen. Ich will den Weihnachtsmann... Oh, guck mal, schön. Aber da war ich ja gerade auch schon. Eine Lichtstockkette. Och Mann, och Mann, och Mann, och Mann, och Mann. Jetzt beeil dich. Ich? Nur die Animation. Achso. Ja, keine Sorge, ich bin so weit hinter dir. Das stimmt nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange dieser Obi geht. Ja, ich weiß auch nicht, wie lange dieser Obi geht, aber ich bin nur am Sterben die ganze Zeit. Na, das ist doch gut. Ja, heute Morgen war das irgendwie besser. Wir wurden gefressen vom Weihnachtsmann anscheinend. Ja, gut. Gut zu wissen. Das ist wahrscheinlich, weil du dem keine Kekse hingestellt hast. Doch, der hat Kekse hier. Und andere Roblox-Figuren, die er gefressen hat. Dann weiß ich es auch nicht. Und es ist eisig im Magen von dem Weihnachtsmann. Er hat zu viel gelben Schnee gegessen. Und der hat ein blaues Herz. Das war interessant. Ein eingefrorenes. Ja. Das sieht aber cool aus. Alles eingefrostet. Auf Klo muss der Weihnachtsmann natürlich auch. Ja, jeder muss mal aufs Klo. Okay, warte, warte. Weisheit des Tages. Okay, wir fahren gerade mit dem Schlitten. Und. Da bin ich schon. Let's go. So, damit geht die erste Obi an mich. Das sind drei Punkte jetzt in dieser Obi für mich. Zwei Punkte für Danja, weil sie Zweiter ist. Ja, war aber klar. Also, ich habe auch fair gewonnen. Nicht so wie Danja. Wollte ich jetzt mal nur an dieser Stelle sagen. Ich habe nicht unfair gewonnen. Und wir wechseln die Obi, habe ich gesagt. Wir wechseln die Obi. Ja, sehr gut. Dann sind wir bei einer Weihnachts-Obi. Aber ich weiß nicht, ob wir... Also, wir sind immer noch bei einer Weihnachts-Obi. Klar, es ist ein Weihnachts-Obi-Turnier. Aber ich weiß nicht, ob wir vor dem Weihnachtsmann diesmal entkommen müssen. Oder ob es was anderes ist. Äh... Ich suche mal Ben aus. Okay. Ich bin aber Khan. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Achso, der begleitet uns, glaube ich. Warte, ich muss mir erstmal hier ein Geschwisterchen aussuchen. Boah, irgendwie kommt die mir bekannt vor. Okay. Khan, dann... Okay. Go. Oh, guck mal. Draußen schneit es so richtig schön. Hallo, Ben. Irgendwie kommt mir diese Obi. Doch, die haben wir definitiv schon mal gespielt. Also, ich habe diese Obi nicht gespielt. Doch. Nein, habe ich nicht. Ich wüsste das. Doch. Ich würde doch... Dann ja. Ich habe diese Obi nicht gespielt. Als ob du dich an jede Furz-Obi erinnerst. Ja, aber diese habe ich nicht gespielt. An die würde ich mich erinnern. Ja, an diese würde ich mich sowas von erinnern. Na gut. Wenn du meinst. Okay, ich habe keine Ahnung, ob es hier... Okay, wir dürfen nicht auf dem Eis laufen. Okay, okay, okay. Laufen wir überhaupt in die gleiche Richtung dann, ja? Ja. Ja, anscheinend. Okay. Ist das die richtige Richtung? Ja. Anscheinend. Zumindest hoffe ich das, wenn wir beide in die gleiche Richtung gehen. Ja, ich glaube auch, weil die Leute laufen hier... Okay, okay. Wir müssen jetzt hier über diesen Fluss... Oh, schön. Eine sehr schöne Obi. Auch wenn es mal so bei uns wieder schneien würde. Vielleicht habe ich die mit Claudio mal gespielt. Ich glaube auch. Also wenn du die letzten Winter gespielt hast, können wir die ja gar nicht gemeinsam gespielt haben. Ja, ich weiß nicht. Ich hätte gedacht, ich habe die mit dir gespielt. Ja, siehst du? Siehst du, guck mal, wie schnell du mich einfach auswechselst. Was? Wie schnell ich dich einfach auswechsel? Ja. Das finde ich ja jetzt aber schon ein bisschen... Das ist schon ein bisschen garstig. Ja. Ist auch okay. Hä? Oh, was? Muss man hier gar nicht lang? Oh, ich wurde gescammt. Wie, du wurdest gescammt? Ja, ich dachte, das wäre hier der Ausgang und dann muss man hier gar nicht lang? Oh, was ist das denn? Okay, wir müssen das Weihnachtsfest besuchen. Okay. Alles klar. Let's go. Was, wenn man sich... Oh, guck mal, wir sind in einem Adventskalender. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Ja, okay, ich glaube, wir müssen... Oh, das ist richtig interessant. Ich glaube, wir müssen hier aus diesem Adventskalender entkommen. Ja. Und die Türen führen halt... Das sind so Portale halt, ne? Ja. Das ist ja... Das ist mal Kuh gelöst. Aber wenn du diese oben schon kennst, dann weißt du natürlich, wo du jetzt... Okay, ich bin auch direkt... Nein, das habe ich mir definitiv nicht gemerkt. Doch, 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 doch. Du kannst ja auch immer nur in eine Tür reingehen, oder nicht? Ja. Du kommst ja immer aus einer raus und gehst zur nächsten... Ja, aber es kommt darauf an, in welche du als erstes gegangen bist. In die 1 oder 2 oder 3. Das kannst du ja am Anfang aussuchen. Ich bin einfach in die 1 gegangen. Ja, ich bin auch in die 1 gegangen. Hä? Oh Gott. Hä? Achso, ich bin... Ich bin eine Schneekugel. Okay. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Ich hänge fest. Ist nicht der Ernst, oder? Ja, diesmal werde ich aber die Obi nicht von vorne starten. Ach, Mann. Also, ich bin ein Schneeball. Ach, Mann, ey. Komm, 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 komm. Ich wäre vor dir gewesen. Wihuuu. Oh, das wäre cool. Warum müsste das denn jetzt passieren, dass ich mit dem Schneeball hängen bleibe? Warum passiert denn immer sowas bei mir? Das wäre cool. Okay, äh, was müssen wir jetzt hier machen? Okay, wir müssen, glaube ich, oben auf den Baum. Aber wie komme ich denn... Achso, okay. Ah, okay, ich habe verstanden. Wir müssen auch auf Ben hören, damit ich diese Weihnachts-Obi hier auch gewinne, das Weihnachts-Obi-Turnier. Ich habe das Mädel genommen. Ja, ist, glaube ich, die Schwester, ne? Mhm. Oder... Okay, wo ist jetzt der Schlüssel? Hallo? Bist du schon auf dem Baum? Ich bin auf dem Baum, aber hier ist kein Schlüssel. Hast du einen Schlüssel? Ich habe gerade irgendwas eingesammelt, aber es wird mir jetzt nicht unten angezeigt als Schlüssel. Äh, ich gucke einfach mal, ob der jetzt auch war. Ja. Ja, und warum kann ich das jetzt schon wieder nicht einsammeln? Es war so ein rotes Ding, das hast du bestimmt aus Versehen eingesammelt. Geh einfach zu der Tür. Ach, ja, jetzt habe ich es. Nein, äh, du hast das, glaube ich, eingesammelt, deswegen war das verschwunden. Achso. Und danach, wo muss ich lang? Ach, hier, okay. Oh, Mann! Du bist schon wieder vor mir. Ist ein bisschen blöd. Hallo, Ben. Es ist sehr, sehr spannend hier. Unsere Turnierwoche. Ist aber eine richtig schöne Obi. Ja, die ist richtig cool. Also, vielleicht denke ich dran, ich weiß nicht, ob ich bei den Turnieren immer dran denke, ich glaube bisher nicht, das alles zu verlinken, aber vielleicht mache ich das bei dieser Obi. Weil die doch sehr, sehr schön ist. Auch die andere Obi war gerade richtig toll. Ich liebe Weihnachts-Obis. Och, Mann! Oh, ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Ey, sag mal, willst du mich jetzt hier gerade veräppeln? Was ist das denn, Mann? Es macht mich auch immer so fertig, dass ich nicht weiß, wo du halt gerade bist. Ich bin hinter dir auf jeden Fall. Weiß ich nicht, ich bin halt jetzt auch zweimal, dreimal gestorben. Ja, ich sehe dich ja vor mir. Achso, bitte. Komm schon, Weihnachtsmann. Boah, das war so knapp gerade. Okay, und jetzt? Bis ganz nach oben, ne? Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Blick geschrieben, dass dich alles in der Nähe Hast du das eigentlich früher geguckt? Ja, ne? Muss. Du liebst auch mich, Weihnachtsmann. Ich weiß, es ist schon bald soweit. Ich hab die Obi geschafft, ich bin als erstes da. Warte, du hast die Obi nicht geschafft. Doch. Ja, aber ich weiß nicht, ob die Obi schon vorbei ist. Die ist vorbei. Die ist vorbei. Ich glaube nicht, Anja. Doch, die ist jetzt vorbei. Nein, guck doch mal, das ist jetzt... Doch, hier unten ist halt dann das so fertig und so. Ja, aber hast du das schon eingesammelt? Ja. Ja, gut. Okay, okay. Weißt du was? Ist okay. Dann ist das Finale zumindest spannend. Dann gehen wir zur letzten Obi. Also es steht jetzt... Du hast jetzt einmal gewonnen, ich hab einmal gewonnen. Mhm. Dann gehen wir mal zur letzten Obi, okay? Gehen wir mal zur letzten Obi. So, Danja. Wir sind in der letzten Obi vom Weihnachts-Obi-Turnier heute bei Tag Nummer 3 der Turnierwoche. So. Äh, ist es unentschieden? Fünf Punkte für dich, fünf Punkte für mich bisher? Ja, ja. Und auf dein Go starten wir in die letzte Obi. Go. So, und ich glaube, diese Obi haben wir auf jeden Fall beide auch schon mal gezockt. Nee. Ja, doch, ich glaub schon, wirst du gleich sehen. Also wir müssen diesmal aus der Werkstatt vom Weihnachtsmann entkommen. Ich glaub nicht, dass ich die gezockt hab. Ja, okay, dann ist ja nicht schlimm, ist ja noch besser. Ich hab mit dir, glaub ich, mal so eine Grinch-Obi gestillt. Ja, stimmt, stimmt, ja. Okay, also ich weiß nicht wieso, aber der Weihnachtsmann ist sauer. Wahrscheinlich, weil Danja da ist. Danke, warum sollte der sauer auf mich sein? Weiß ich nicht. Siehst du? Die Frage sollte vielmehr sein, warum sollte er nicht auf dich sauer sein? Ja, es gibt überhaupt keinen Grund, auf mich sauer zu sein. Ich bin liebensgewürzig, hallo? Hm. Ähm, ja, genau das ist vielleicht das Problem. Oh. Das sieht nicht gut aus. Jetzt seh ich endlich mal wieder Kahn. Der Lebkuchen, Mann. Das ist so ne traurige Story gewesen bei Shrek. Guck mal, ist das so ein Früchtekuchen? Äh, kann gut sein, ja. Ist das nicht so ne Tradition teilweise an Weihnachten? Äh, ja. Ja, es gibt diesen Panettone. Ja, genau. Das krieg ich bestimmt gleich von Leuten, die hier Italienisch sprechen, eins über den Deckel. Das spricht man anders aus. Es tut mir leid. Hey, wo müssen wir? Ach so, ich muss... Okay, okay, oh mein Gott. Oh, jetzt hab ich schon wieder Zeit verloren. Doch, ich glaub, diese Obi haben wir schon mal gespielt. Mhm. Also, ich glaube, ich schon. Ja, du, aber ich nicht. Aber ich merk, also, die Obi-Turniere werden immer knapper. Es ist wirklich, äh, ne ganz, ganz knappe Kiste. Und in dieser Woche kommen noch ein paar Obi-Turniere. Und ich muss schon sagen, also, es wird immer knapper. Knäppgen, 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 hör mal. Du hast viel von mir gelernt, glaub ich. Naja. Ja, doch, komm. Weiß jetzt nicht, ob ich das alles von dir gelernt hab. Doch, du hast schon viel von mir gelernt, glaub ich. Mhm. Guck mal, du bist auch direkt hinter mir, was überhaupt nicht gut ist. Hä, haben wir, haben wir ein Checkpoint vergessen? Ich will's mal nicht hoffen. Weil wir beide sind die ganze Zeit auf Level 7. Anscheinend haben wir ein Checkpoint vergessen. Dann wird's jetzt noch spannender. Sag ich dir so, wie es ist. Okay, dann dürfen wir anscheinend nicht sterben heute. Nee. Aber die anderen sind auch alle auf 7. Also, es kann durchaus sein, dass das vielleicht auch ein bisschen buggy ist hier wieder. Na, entweder das. Oder der Checkpoint ist halt echt verdammt gut versteckt. Hä, jetzt. Hä? Oh, jetzt bin ich hinter dir, oder was? Alter, wie ist das denn jetzt möglich? Bist du gestorben? Ja, der Schlittner... Ach, du Kacke. Und ich bin wirklich wieder bei Level 7. Tja. Dafür kann ich jetzt aber nichts. Weil bei mir ist es genauso. Wenn ich gleich sterbe, bin ich auch wieder bei Level 7. Nee, da gebe ich dir auch nicht die Schuld für. Aber ich gucke mal, wo der Checkpoint ist, den wir vergessen haben könnten. Also, ich glaube, wir haben keinen Checkpoint vergessen, weil wenn alle auf Level 7 hier sind... Es sei denn, du findest den Checkpoint, das wäre natürlich... Hä, aber eigentlich... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nee. Der Checkpoint funktioniert einfach nicht. Bist du sicher? Ja. Also, ich hab den danach gesehen, ich bin drüber gelaufen, aber der funktioniert nicht. Okay, dann müssen wir das anders klären, Danja. Dann würde ich jetzt folgendes machen, weil wir wahrscheinlich nicht bis zum Ende kommen werden. Mhm. Würde ich jetzt folgendes machen. Das Problem ist, ich komme auch hier gar nicht mehr durch. Die Tür ist zu. Aber wir sind... Danja, wir laufen auch die ganze Zeit nach hinten, Mann. Oh mein Gott. Oh, Danja, du bist so schlimm. Aber du bist auch... Ja, weil ich dir hinterher gelaufen bin. Ja, ich kann doch nichts dafür. Oh, Danja, du bist so blöd. Denk halt für dich selber mit. Du bist so blöd, ehrlich. Wie kann man so blöd sein? Kein Wunder, dass der Checkpoint da nicht geht, ne? Naja, gut. Aber gut, dann muss dieser Checkpoint ja... Ja, aber dieser Checkpoint geht auch nicht. Ja, siehst du? Ja, also wir machen das jetzt wie folgt, Danja. Ich warte jetzt da vorne auf dich. Ich würde jetzt einen Timer stellen und wir machen das jetzt so wie bei der Troll-Obi. Wir haben jetzt noch, ich würde sagen, vier Minuten Zeit, um so weit zu kommen, wie es geht. Okay. Und wenn wir sterben, ist das unser eigenes Risiko, okay? Okay. Go. So, wir haben vier Minuten Zeit. Du kannst natürlich stehen bleiben, aber falls ich da nicht sterbe... Doch, doch, wir haben diesen Checkpoint vergessen, Danja. Guck mal, jetzt sind wir bei Level 8. Ja. Okay, alles klar. Gut, dann machen wir ganz normal weiter. Dann können wir die doch zu Ende spielen, alles ist gut. Ja, weil wir haben den Checkpoint da vergessen. Okay, wir sind doch dumm, nicht das Spiel. Weil er auch ein bisschen versteckt ist. Weil er auch ein bisschen versteckt ist. Das Spiel ist gut, Kahn und ich sind dumm. Ja, aber der Checkpoint war ein bisschen versteckt, das war das Problem. Ja, war er auch. Da muss man halt so ein bisschen so einen Umweg gehen. Ja, siehst du, jetzt geht's auch voran. Okay, alles klar, let's go, let's go, let's go. Ja, jetzt bist du wieder vor mir, was ein bisschen blöd ist. Keinen einzigen Fehler. Man darf sich jetzt keinen Fehler mehr erlauben. Man darf sich keinen Fehler erlauben. Kein Fehler heute. Und es ist halt auch schon spät, ne? Die Konzentration lässt nach, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich das mal vergleiche mit heute Morgen. Ja, also, heute Morgen warst du natürlich... Das Problem war, guck mal, du warst ein bisschen müde. Das heißt, du hast nicht viel gesprochen, aber dadurch hast du dich sozusagen auf das Spiel konzentriert. Nee, weißt du, was das Ding war? Was denn? Ich war ein bisschen müde. Und da war mein Kopf noch nicht so aktiv und hat sich noch nicht mit so viel anderen Gedönse abgelenkt. Oh, was ist das denn jetzt? Warum ist der Schlitten denn jetzt schon gefahren? Wenn ich jetzt die Obi deswegen verliere? Mann, was war das denn? Oh, jetzt ist dann ja schon wieder vor mir. Oh, das ist so unfair. Ehrlich, das ist so unfair. Ja, aber das Problem mit den Schlitten hatte ich ja vorhin auch schon. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Oh, komm schon, respawn schnell. Ich darf diese Weihnachts-Obi nicht verlieren. Ich darf dieses Weihnachts-Obi-Turnier heute nicht verlieren. Was ist denn mit mir los? Also ich bin langsam so in so einer, äh... Also ich bin in so einer Krise. Ich krieg auch gleich eine Krise, aber... Okay, ja, der Speedrun ist gar nicht so einfach. Der ist furchtbar. Ja, der Speedrun hat keinen guten Flow. Da bin ich auch gerade eben gestorben. Der hat's richtig in sich, sag ich dir so, wie es ist. Der bremst halt auch ständig und es ist einfach... Der ist schon schwierig. Nein! Hast du den Checkpoint mitgenommen? Ja, du hast den Checkpoint aber mitgenommen. Ja, ich glaube schon. Ja, hab ich. Boah, das wär jetzt... Oh, das ist ja wirklich die falsche Dingsbüche. Oh! Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Oh, das ist... Nein, das ist nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Ha, 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 ha. Ja, Kahn, dann geh mal. Oh, toll. Und jetzt? Komm, Kahn, nimm mal einen fürs Team. Nö, mach... Ich mach das immer. Nee, ich hab mich da auch gerade, komm. Hä, ich bin doch da lang gelaufen. Oh, jetzt bist du sogar richtig, oder was? Ich krieg die Krise. Oh! Let's go! Nein! Doch. Nein. Doch. Nein. Du bist auf den Falschen gesprungen. Am Ende. Alter. Welcher war denn jetzt der Richtige? Tja. Was kann ich dir denn hier sagen? Ey, du bist so... Ja, das kann ich dir einfach nicht sagen. Oh, jetzt sterbe ich schon wieder. Warum sterbe ich? Sterbe, sterbe, sterbe. Ich kann das jetzt mal bitte hier vorangehen. Ja, ganz ehrlich, weil du es verdient hast. Ich fand, der beste Moment heute war einfach immer noch, dass wir einfach rückwärts gelaufen sind. Das war heute einfach das Beste an diesem Obi-Turnier. Das war einfach schon wieder die Dummheit pur, die aus uns beiden rausgequollen ist. Aber sowas von. Da haben wir... Also generell in dieser Obi haben wir uns jetzt nicht mehr so rumbekleckert. Müssen wir jetzt einfach mal so sagen, wie es ist. Auf jeden Fall nicht. Also das war absolut... Das war Kreisliga. Das ist nicht mal Kreisliga. Das ist Schule Bolzplatz. Sag ich dir so, wie es ist. Aber das ist nicht so die Schüler spielen, sondern das ist die Lehrer spielen. Ja, stimmt. Das ist das Team-Event. Das ist die Lehrer spielen. Stimmt. Boah, das war immer so... Das war so Fremdcharme immer. Also wenn wir gegen die gespielt haben, dann war es cool. Aber wenn die unter sich gespielt haben, war das immer voll schrecklich. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Also wenn die Lehrer sozusagen unter sich gespielt haben, das war echt nicht einfach. Nee. Okay, warum bist du jetzt schon wieder... Aber ich bin, glaube ich, mit relativ viel Abstand hinter dir, weil ich bin voll oft gestorben bei dem Auspupen. Ich bin aber gerade auch an einer sehr dummen Stelle gestorben, muss ich sagen. Okay, ich glaube... Oh mein Gott, ich glaube, ich habe es geschafft. Nein. Ich muss gerade gucken. Let's go. Let's go. Da ist das Badge, was ich einsammeln kann. Und damit, Leute, gewinne ich das Weihnachts-Obi-Turnier. Und damit steht es mittlerweile 4 zu 2 in unserer Turnierwoche. Das war Tag Nummer 3. Es kommt heute bestimmt noch was. Ja, ich glaube, das zweite Spiel muss ja heute noch kommen. Das wird dann wahrscheinlich keine Obi sein. Das wird was anderes wieder sein. Aber die Turnierwoche läuft gut. Es steht 4 zu 2 für mich. Danja, ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Hatte sie nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschö. 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 安. Tschö. 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 Tschö.